Na, gerade auf der Suche nach dem nächsten Tanzcafé, hier habe ich eine starke Empfehlung. Mein Name ist Sian, Sian Jerome McCray. Und wenn man gerade auf der Tanzcafésuche ist, hier meine Empfehlung vorher Tanzprivatstunden in Anspruch zu nehmen. Denn wenn man sich tänzerisch weiterbildet und das gerne über Privatstunden, hat man für das nächste Tanzcafé mehr im Petto, mehr Qualität im Petto, mehr Figuren und ein besseres Wohlbefinden. Also, wenn für das nächste Tanzcafé Tanzprivatstunden in Frage kommen, dann die 0176 840 44661, um bei mir Privatstunden zu buchen. Ich fahre zu den Menschen nach Hause und biete Privatstunden im Eigenheim, das heißt in den eigenen, wenn es vier Wände sind, in den vier Wänden an und fahre dafür an. Also, dementsprechend meine Empfehlung, Privatstunden bei mir, dem ANNV IHK World Dance Council, Güle Siegeltanzlehrer, die 0176 840 44661, meine Empfehlung.